Überlegst du gerade, dich selbstständig zu machen und wägst die Vor- und Nachteile ab? Und hast vielleicht auch mal gehört, dass man als Unternehmer reich werden kann? Dann werde ich dir in diesem Video zeigen, genau welcher Art der Reichtum ist, der auf dich wartet. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern auch viele andere Unternehmen und habe mehr als 2000 solcher Gründungsprojekte auch begleitet. Das heißt, mit Gründung, Wachstum, aber auch mit den Misserfolgen kenne ich mich relativ gut aus. Und deshalb kann ich dir aus meiner über 20-jährigen Unternehmererfahrung auch genau sagen, was da auf dich zukommt, welche Arten von Reichtümern möglich sind und was auf dich wartet. Und dazu lade ich dich in diesem Video ein. Schauen wir uns nun zunächst mal die wichtigste Voraussetzung für die Gründung eines Unternehmens an, damit du reich und erfolgreich wirst. Die erste Voraussetzung ist, dass ein Problem da ist. Und wenn du das mal im Griechischen analysierst, das Wort Problema, dann wirst du vorstellen, es bedeutet, dass dir etwas vor die Füße geworfen ist, ein Hindernis, was ist zu übersteigen, was zu lösen gilt. Also ein Problem am Markt ist die Voraussetzung, dass du eine Leistung, ein Produkt auch anbieten kannst. Das heißt, deine Aufgabe ist es dann, zu diesen Problemen die entsprechende Lösung auch zu entwickeln. Das bedeutet, du bist als Unternehmer, als Gründer nichts weiter als ein Mittel zur Lösung, also ein Lösungsmittel. Es ist also relativ einfach, sich an dem Markt selbstständig zu machen, ein Gewerbe zu gründen, wenn du deinen Fokus darauf gerichtet hast, echte Probleme anderer Menschen zu lösen und nicht deiner eigenen zunächst. Dann bist du ein echtes Lösungsmittel. Und vielleicht machst du das jetzt schon als Angestellter, aber wahrscheinlich nur in einer kleinen Nische in einem großen Unternehmen. Als Gründer, als Unternehmer bist du aber für das gesamte Unternehmen verantwortlich. Du bist also ein echtes, ganzheitliches Lösungsmittel. Und wenn du mal in dein Umfeld guckst, wie viele Probleme die Menschen haben, wie viel sie jammern und klagen und welche Bedürfnisse alle nicht erfüllt sind, dann siehst du auch, dass in der Zukunft eine ganze Reihe von weiteren Problemen auf dich warten, auf uns alle warten. Und erfolgreich und damit auch reich wird natürlich nicht der, der möglichst wenig Probleme selbst löst oder sogar die Problemlösung anderen anvertraut. Da musst du die nämlich bezahlen dafür, dass sie deine Probleme lösen. Sondern erfolgreich und damit auch reich an Finanzen wird natürlich der, der möglichst viele Probleme löst. Und das ist, was ein Unternehmer ausmacht. Das, was du siehst, auch bei Menschen, die du jetzt in der Wirtschaft oder als Prominenz siehst, die lösen nicht nur ein Problem. Elon Musk hätte ja aufhören können, nachdem er das erste Problem der digitalen Finanztransfermöglichkeiten mittels Paypal geschaffen hat. Er hat weitergemacht. Und er sieht noch weitaus mehr Probleme und auch Wünsche, die gelöst werden sollen. Er ist ein echtes Lösungsmittel. Die Frage ist, ob du es auch bist. Die gute Nachricht ist also, auf der einen Seite, es gibt genügend Probleme für dich, für mich, für uns alle, dass wir selbst immer mehr zu einem Lösungsmittel für andere werden können. Der zweite Vorteil ist aber, dass du nicht nur an Finanzen und Besitz reicher wirst, sondern du wirst auch wesentlich mehr, wesentlich andere, veränderte Menschen sehen, je mehr du dich auch veränderst. Du wirst wesentlich mehr Erfahrung haben in verschiedenen Bereichen und deine gesamte Persönlichkeit wird sich weiterentwickeln. Es wird auch eine Transformation deines Charakters geben. Und deine Fähigkeiten und dein Know-how werden geeignet sein, überall in allen Lebensbereichen ähnliche Lösungsfindungs- und Umsetzungsprozesse zu arrangieren, zu dirigieren und bis zum Abschluss auch umzusetzen. Und das Wichtigste vielleicht ist auch, dass es Auswirkungen hat auf deine Gesundheit und auf dein Glück. Denn Wissenschaftler wie Prof. Dr. Manfred Spitzer haben festgestellt, dass das Schlimmste ist, was du mit deinem Gehirn machen kannst, dass es keine neuen Aufgaben, keine neuen Veränderungsanforderungen bekommt. Das Glück ist dafür da, dass du lernst. Denn das Glückszentrum im Gehirn springt immer dann an, wenn du etwas Neues gelernt hast, was du vorher nicht wusstest, wenn es besser geworden ist als erwartet. Und wenn du dich auf den Weg machst, viele Probleme zu lösen, auch unterschiedlichster Art, dann wirst du ständig etwas Neues entwickeln. Deine Persönlichkeit wird weiter wachsen, aber auch dein Glücksgefühl wird jeden Tag neue Möglichkeiten haben, Auswirkungen zu bekommen, sich zu entfalten und aktiviert zu werden. Auch Menschen in den alten Büchern wurden nicht nur danach am Erfolg bemessen, wie viel Geld sie hatten oder wie viel Edelmetalle, sondern auch wie viel Grundbesitz sie hatten, wie viel viel sie hatten, wie viele Mitarbeiter sie hatten, wie viele Ressourcen sie hatten, wie viel Einfluss sie hatten, wie weise sie waren. Und das empfehle ich dir auch, den wirklichen Reichtum nicht nur im Geld, im Besitz zu sitzen, denn das sind Grundlagen, um weitere Lösungsmittelelemente wieder auf den Weg zu bringen. Und letztendlich kannst du nur eine Hose tragen, ein Auto fahren, aber die anderen Komponenten, die machen dich zusätzlich wirklich reich. Also nicht nur Rolex, Auto und Haus und viel Geld und ein paar Coins noch dazu, sondern wirkliche Reichtum besteht aus Menschen, besteht aus deiner persönlichen Weiterentwicklung, besteht an Einfluss, Kontakten, an Erfahrungen, Fähigkeiten, Know-how und letztendlich auch, dass du den Sinn findest und dadurch auch glücklich wirst, den richtigen Weg gefunden zu haben. Und wenn du vielleicht dein erstes blaues Häuslein bauen willst, also ein echtes Lösungsmittel in der Gesellschaft werden willst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater, die über 40 an der Zahl sind, helfen dir bundesweit dabei, deine ersten Vorhaben oder auch spätere größere Vorhaben umzusetzen. Wir haben Unternehmensberater, Marketingberater, Coaches, Steuerberater, Rechtsanwälte, alles im Angebot, was ein Unternehmer braucht. Und du kannst darauf Zugriff nehmen, indem du jetzt ein kostenfreies Erstgespräch beantragst. Gerne aber lade ich dich ein, auch das Video zu liken, mit Daumen hoch, den Kanal zu abonnieren. Wenn du weitere Filme sehen willst und gerne uns auch weiterempfehlen darfst. Denn wir helfen bundesweit Menschen dabei, die eine echte Transformation zum Lösungsmittel auch werden wollen, die Hilfe brauchen und auf das Wissen, was wir haben, zugreifen wollen. Gerne aber ist es jetzt an dir, dein eigenes Leben zu starten, deinen eigenen Reichtum in dein Leben noch mehr hineinzuholen, als er vielleicht schon da ist und ganzheitlichen Erfolg zu errichten und dadurch wirklich reich zu werden. Dein Daniel Schäfer